Hallo und herzlich willkommen zurück hier zu Tales of Arise mit dem Rahmen von der letzten Folge haben wir ein paar Minibosse noch gelegt und sind hier nun auf den Weg, einen Weg zu finden nach Sislodia. Und auf dem Weg haben wir hier quasi eine Ruine gefunden oder einen Untergrund, wo wir vermuten, dass sich hier die Wachen von, äh, die geflohen sind, versteckt haben. Das war Rückzugspunkt. Hä? Sehe ich da was? Ah, da sehe ich was klitzern. Blut! Der tut mir gut. Äh. Kommt her! Mag euch Fliegendinger nicht. Okay, das war weg, bevor ich drücken konnte. Okay. Okay. Was ist der Gespräch hier noch lauschen? Was ist der Gespräch hier? 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 Ich bin gefroren! Ich mag das nicht! Was ist der Gespräch hier? Was ist der Gespräch hier? Oh! Ich bin gefroren! Ich bin gefroren! Ich bin gefroren! Ach ich hab doch das sei der letzte gewesen! Ich bin gefroren! 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 Aber es scheint, dass die Lichter alle unterschiedliche Elemente von astralen Energie waren! Also, obwohl sie die Wedge benutzen, um die Energie von Dana auszupfen, sie schießen sie zurück zu Dana? Warum? Ich weiß! Es passiert alles so schnell! Vielleicht als Anker? Ich hoffe, es ist kein Signum von einer neuen Gefahr, die wir mit uns beschäftigen. Aber wenn die rote Frau hat nichts zu tun mit der Wedge, dann was diese Licht... Es ist weird, ist es? Oh? Die Red Woman. Shion und Dohalim sagten sie nie zuvor, sie in Poligian. Sie sagen, sie lieben uns? Nein, das ist nicht, dass ich sie lieben. Es ist einfach, dass sie ein Grund für das ist. Genau? Eine Sache, die beiden haben in common, ist, dass sie beide Rennens sind. Okay, ihr zwei. Halt eine Kette in sie für heute. Ich weiß, dass wir in der Nacht ein wenig sind. Aber für heute, fokussieren wir uns auf diese Rennens gehen. Ja, natürlich. Hm, wo das noch hinführt. Viele Fragen. Oh, ich bin in die falsche... falsche Richtung. Okay, das ist der richtige Weg. Was ist das? W-Stat. Oh, okay. Nö, muss man sich nicht mehr drum kümmern, der ist schon verlegt. Nö, muss man sich nicht mehr drücken. Nö, nö. Nö, nö, nö. Nö, 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 nö. Okay, Game Crash. Das hatte ich jetzt ja noch gar nicht. Hm. Ja, wie immer, Crash ist ja nicht rausgeschnitten. Warum immer das K-Crash-Tisch. Das hatte ich jetzt noch gar nicht in der ganzen Zeit, seitdem ich das Spiel spiele. Hm. Yep. Neues Intro. Ob mir gefällt, ist das neue Intro noch nicht so alte für dich besser. Gucken, wo hat er denn gespeichert? Dieses Ort ist eher glücklich. Warum nicht du die Mood für uns? Er hat hier gespeichert. Ich werde sehen, was ich tun kann. Ich werde sehen, was ich in der ganzen Zeit. Hi, Hoodle. Ihr seid. Hütt, hütt. Swallow, blase. Relay. Far enough. In a bind. Dragon swarm. I can shatter any steel. I'm ready. Hurricane. I never miss. You're finished. Pesty airborne scoundrel. Sounds like a job for you and truly. Waterfall. Lightning, drop. And out of ammo. Rising fountain. Back into the fray. Meadow. Dragon flame inside me. Years to be let free. Going in. Lightning arm. Ready? Nears to be let free. Reels to be let free. We fight better out of distance. The harder away, the better. You and I both. Jer demands the time ahead. Not in your dreams. Now Что Happens. Go for it. Prepare to crumble. Looks like it could be worth something. have you just cadet it? Nej. Oh, Affen! So jetzt kommt noch mit ihr kleinen Dreckssiecher So jetzt kommt noch mit ihr? So, wer kriegt den? Und Rosmarin? So macht das Sinn Hm, ganz schlimm, da geht das immer voll Fliegedinge Ich weiß, dass es so Art Gargoyles sind und die Anders heißen, aber Fliegedinger muss ich immer an, Peter, denken von Pete's Beat Ich weiß nicht, wie ich es so gesagt habe bei den Aerodactyls, weil ich wusste, wie die Eisende Reckste haben, diese Fliegedinger Das hat sich so festgesetzt bei mir, denn da fliege, digga. Bedinget sich. Oh. Drogenform! You're kidding! You really don't need my help, huh? No. The last of them have not done. Dammit. But I should have given it. Do it! Don't let me out! All yours, Kisara. Well then, let's keep moving. astral kristall braucht die das nicht für ein rezept das liegt nicht weg Das war's! Er stört. Der Führschutz. Immer schön mitnehmen. Ah ja, die Brücke, die wir nicht passieren konnten. Hm. Oh, okay, Law? Hm? Oh, fine. Just thinking. The past is a real downer. That's why I'm focused on what's ahead of me. You? Yeah. I'm going to stay the path. As long as we're all together, I know we'll be alright. Same here. Now let's get moving. Okay. Okay. Oh, good. We can cross through here. Stop. Who goes there? My name is Alphen. We're not your enemies. Did you say Alphen? Slap me silly. It really is you. Forgetting someone? Renwell. Oh, glad to see you're doing okay. What are you guys doing out here? We're patrolling the realm. Never thought I'd bump into you all on my rounds, though. Heck, enough of me, though. What's going on up in the sky? Feels like the world's gonna end. That's what we're trying to figure out ourselves. And as it happens, got a big favor to ask. I had an inkling that's why you'd come back. As soon as I saw you in the distance. So you beat all the lords, huh? Damn, you really must be a hero. I just did what I had to. So can you send anybody to help Ganeth Haros? I think we can help out. I'll hit up the other resistance groups and rustle up some support. I doubt they'll have a problem sending people once I mention it's you who's asking. Thanks. If you guys can help out, that'll give us a chance to do something about that wedge out in the ocean. Yeah, I think that's something only you guys can handle. Speaking of which, that thing's out in the middle of the ocean. How do you even plan on reaching it? By boat. We're about to go look for one. No rest for the weary, I see. Hey, what happened to that mask you used to wear? It's a long story. Let's just say I lost it. I sure never expected to run into Bregan. Ciclodia's probably in good hands with him. Yeah, now we can focus on finding a ship. A boat, huh? Where are we gonna find one of those? It's not the kind of thing people just leave lying around. Especially not Renan's. For an imperial power, they never have shown much interest in maritime expansion. Still, I dare say there should be the odd small vessel here and there. All well and good, but that structure is slap bang in the middle of the ocean. A fishing boat won't cut it. Let's just try to find one that won't sink us halfway out, yeah? Not that it needs to be a huge galley like Almadria's or anything. Just as well since we've passed, let's see, literally zero huge galleys! All I know is we have to reach that thing in the ocean. Anything that might work, I say we try it. Thanks to Bregan, it seems like Ganeth Harrow should be in good hands at least. I wonder who they'll send to look after things. It'll be someone from one of the other resistance organizations, no doubt. They could do a whole lot worse than someone like Doc. A knowledge of medicine would go a long way there. Wait, do you mean the old guy back in Calaklia? Ganeth Harrow would be one hell of a trek from there. He'd have to get here first. My brother's old second-in-command, Lagiel, would be a perfect fit, too. Pity shall probably still have her hands tied up with work in Menensea. Mahagsar will be the same story. They won't have the manpower as it is, let alone enough to start exporting it. Man, everyone's still struggling to get back on their feet, huh? Knowing Bregan, he'll probably take things into his own hands. He seems like the kind of guy who enjoys a challenge. Thinking back on it now, though, it does kind of make you realize just how many people we've gotten to know in each of the places we visited. That's true. And each and every connection we forged is priceless. Anyway, we can trust Bregan to take care of things from here. Come on, let's focus on the task at hand. Yeah. Can you imagine, which boat we'll take, or which boat we'll get, or which boat we'll get. Our boat, with the last year we were. It's freezing. It's always like this in Ciclodia. Menensea was most fortunate, I see. I think a little sense is something. We have all. We have all. The full, the full, the full. And here. We have all. We have all. You just got some headlights. It doesn't affect you. You must please contact Trick, Ôaki. mosquito Well, most of the perches are filled up now Frankly, I'm amazed there's so many of these guys What cautious lives they must have lived they deserve credit for their vitality They're all so lovely individually But I think they look downright awe inspiring when so many of them are gathered together in one place I don't know Oh, es ist schwer zu relaxieren, mit all den Augen auf uns auf einmal. Ja, ich glaube, Owls scheint zu schreien. Du hast gut gemacht. Er ist wieder zu sehen. Komm schon, du kennst du es mag. Frankly, ich habe nie gedacht, dass du so viele von uns gehst. Du bist so schnell zu retten, die in die Lage zu retten. Du hast uns eine große, glückliches Familie gegeben. Wir sind auf der Brink des Extinction. Wir müssen zusammenarbeiten, wenn wir uns zu ändern, unsere fate. Du hast eine große Herausforderung. Don't du worry. Wir können Verlust werden. Du wirst nicht alleine sein. Ich promise. Das ist nicht nur deine Kampf. Ich bin hier für dich, auch. Ich möchte uns beide zusammen sein. Das war du für die Owls, richtig? Ja, natürlich. Es ist schön, dass alle zusammenkommen sind. Aber vielleicht sollten wir weitergehen. Wer war die Gespräche zwischen uns? Ich versuche nicht zu viel zu denken. Außerdem, es gibt noch ein paar wunderschöne Barsche. Stimmt gar nicht. Wir sind so weit gekommen. Warum stoppen jetzt, oder? Hey, Hoodle. Als wir alle die Owl sammeln, haben wir nachdem... Nachdem... Huh? Wir haben doch alle. Voll. 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 Toll. Toll. Muss ich bitte weggehen und wieder herkommen, dass es getriggert wird? Äh... Wo gibt's ne neue? Neue Nebenquest. Scheißt mich doch nicht so mit Nebenquest zu. Auch wenn sie nötig sind. Endlich. Wenn wir nur mit dem Wind fliegen können, um hier schneller zu kommen. Hrrr. Nee. Ciao. Aber an der Stelle sage ich danke fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr wisst, ja, like und subscribe und so weiter verteilen. Und wenn ihr es noch nicht gewesen seid, habt ihr Notation-Balaktivieren. Das YouTube, was ihr immer von uns sehen wollt. Sollt ihr euch YouTube nicht benachrichtigen, was für ein WhatsApp geht, gebt uns einen Twitter-Account von Dennis, dem ihr ein Follower eindrücken könnt und auf alle 15 Zeilen einstellen sollt. Damit seid ihr safe und bekommt mich, wo was bei uns abgeht. In der Zeit bis zur nächsten Folge. Ciao.